Seid gegrüßt im neuen Video. Heute geht es um Handwerkzeug und das wirklich mit viel Schlagkraft. Es geht um diesen Meißelschraubendreher-Satz von Parkside aus der Performance-Serie. Dieser kommt 13-Teilig daher und wenn ihr noch mehr dazu wissen möchtet, bleibt da jetzt dran. Ja, nicht nur Maschinen werden von euch in den Heimwerkerstätten gebraucht, sondern auch Handwerkzeuge. Und je besser die natürlich dastehen, desto besser könnt ihr natürlich auch damit arbeiten. Schauen wir uns heute mal dieses neue Parkside Performance-Kit an. Ein Meißelschraubendreher-Satz, der 13-Teilig, wie gesagt, daherkommt. Wir haben hier Schlitzschraubendreher in verschiedenen Größen, zeige ich euch gleich. Ansonsten, ich verlinke euch das Produkt natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Das Set hat es schon für 13 Euro gegeben. Mal gucken, wann ich das Video hier veröffentliche oder wann ihr da schaut. Dann müsst ihr euch den tagesaktuellen Preis dann abrufen. Wenn es das nicht mehr geben sollte, einfach dieses Video hier auf eine Playlist setzen, das ganze Wunschliste nennen und dann von Zeit zu Zeit mal reingucken. Meistens kommen die Produkte alle nochmal wieder. Vom Gewicht her kann man sagen, knappe 2 Kilo wiegt das ganze Set. Was schön ist, wir haben hier gleich Wandhalterung mit dabei. Wir gucken uns das gleich nochmal etwas genauer an. Die Maße der Wandbefestigung sind etwa 15,2 x 7,2 cm, dass ihr das schon mal wisst. Aber das dann pro, also das ganze müsst ihr dann mal 2 rechnen. Also braucht ihr etwa 30 cm in eurer Werkbank Platz, um das ganze aufzuhängen. Wir haben Schlitzschraubendreher mit dabei. Wir haben Philips Schraubendreher mit dabei. Wir haben Posi Drive mit dabei in verschiedenen Größen. Wir haben Torx 20 und Torx 25 mit dabei. Ich würde sagen, wir machen das mal auf und gucken uns das mal an. Das finde ich jetzt schon wieder klasse. Wenn wir uns jetzt hier mal diese Performance Verpackung, wie ich sie nennen möchte, anschauen, dann ist das so gemacht wie bei großen Herstellern. Man freut sich, man kommt ein tolles Paket ins Haus und dann ist das wirklich vernünftig auch designt. Das Auge kauft ja bekanntlich mit. Natürlich jetzt hier wieder das Ganze für 13 Euro ist das natürlich nicht mit einem großen Hersteller vergleichbar. Ich verlinke euch nochmal ein ähnliches Set. Allerdings war das ohne Meißelfunktion, aber die Verpackung und alles war da schon irgendwie gleich aufgebaut. Könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung dann auch nochmal anschauen. Also das ist hier wirklich ähnlich gemacht und das erinnert mich stark daran. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie ihr das seht, wenn ihr euch das andere Video dazu angeschaut habt. Hier haben wir Befestigungsmaterial mit dabei. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich schmeiße diese Dübel meistens weg. Meistens werden von euch sicherlich auch Holz, so wie ich hier in der Werkbank haben oder in der Werkstatt generell haben. Viele haben da USB-Platten oder eine French Gliedwand. Da braucht ihr das meistens sowieso nicht. Wer es allerdings irgendwo in ein Mauerwerk bringen möchte, der hat dann gleich hier dieses Befestigungsmaterial dabei. Wie gesagt, ich nehme immer eigene Dübel. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Dann haben wir hier die beiden Wandhalter, die auch wirklich schon was hermachen. Das ist also nicht so ein ganz dünnes Plastik, was sich schon durchbiegt, wenn ihr das nur anschaut. Sondern wir haben hier auch Stege in der Mitte verarbeitet, die das Ganze noch ein bisschen stabilisieren. Wir haben eine Beschriftung mit dabei. Das heißt, wir haben für jeden Schraubendreher einen eigenen Platz. Und wenn ihr darauf achtet, die sind auch unterschiedlich groß gebohrt. Das heißt, die passen dann auch wirklich nur da. Natürlich, wenn ihr hier die Seite mit dieser Seite austauscht, dann funktioniert das auch. Aber schön ist eben, dass es hier mit drauf geprintet ist und dass wir uns dann anschauen könnten, wo wir das dann reinstecken. Und ihr seht, wir haben hinten die Befestigung dann für die Wand. Und wir können das auch wirklich sehr nah zusammen dann montieren. Wenn ihr das dann vernünftig macht, dann sieht das auch vernünftig aus. Die Schraubendreher sind hier einzeln nochmal in diesen Pappbehältern verpackt. Die sind sogar nochmal zugemacht. Machen wir die mal auf. Das erste Set, das sieht so aus. Selbst hier ist das nicht einfach nur reingewumms, sondern hier auch nochmal extra reingesteckt. Machen wir gleich mal das zweite Set auf. Machen wir uns das nochmal an. Das sieht also auch erstmal klasse aus. Nehmen wir einmal heraus. Die haben auch richtig Gewicht. Also die liegen sehr, sehr satt in der Hand. Wir haben hier einen Zweikomponentengriff, was hier dunkel ist. Oder im Video sieht man das sicherlich schlecht. Das ist Hartplastik und der ganze Griff ansonsten ist hier stark kummiert, sodass der auch sehr gut in der Hand liegt. Wenn ihr schwitzige Hände habt, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr da irgendwie drehen wollt im Sommer gerade irgendwie, vielleicht in einem heißen Schuppen oder irgendetwas. Da ist es dann sicherlich etwas schwieriger. Und mit sowas macht man das dann natürlich etwas einfacher. Vorne haben wir eine Grafitspitze. Sieht mir allerdings nicht wirklich nach Grafit aus. Steht auch nicht dabei, aber in der Regel ist das meistens eine Grafitschicht. Hier sieht es mir mehr einfach nur lackiert aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Also nach Grafit sieht mir das jetzt hier nicht aus. Vielleicht ist das irgendwie so ein Klarlack mit Grafit versetzt oder sonst irgendetwas. Ansonsten die Spitze sehr sauber gearbeitet. Hier steht nochmal die Länge drauf und welche Größe wir haben. Wir haben das Ganze wirklich sehr, sehr massiv gebaut. Hier an dieser Stelle haben wir nochmal die Möglichkeit mit einem Maulschlüssel oder Gabelschlüssel anzusetzen und das Drehmoment so ein bisschen zu verstärken. Dafür ist das in der Regel da. Wir haben hier Ablageflächen mit drauf. Das heißt, wenn der Schraubendreher irgendwie auf der Werkbank liegt, dann wird er über diese Ecken oder über diese Kanten vielmehr dann aufgefangen und bleibt dann so liegen, ohne dass er dann irgendwie herunterrollt. Das ist also auch momentan der Stand der Technik. Und hinten haben wir eine Schlagkappe drauf. Die ist natürlich auch aus Metall und ich gehe mal davon aus, dass das hier auch durchgängig ist. Kann ich natürlich nur machen, kann ich natürlich nur nachvollziehen, wenn ich das mal aufschneiden würde. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass das hier mit drum gepresst ist. So sieht mir das hier ganz stark aus. Wir probieren das auch gleich nochmal aus. Also von der Verarbeitung her kann man jetzt erstmal soweit nicht meckern. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Ist alles sauber entgratet und wirkt qualitativ recht hochwertig. Schauen wir mal, wo der jetzt hier rein soll. Das wird ja hier Positrive oder Philips. Was haben wir hier? Positrive, das steht hier oben auch nochmal drauf. Also selbst wenn das hier mit drin steckt, könnt ihr das nicht verwechseln. Und dann habt ihr einmal hier auf der Ablage oder an der Wandbefestigung die Aufschrift und dann hier auf dem Dreher nochmal selbst. Und wenn alles schief läuft, dann habt ihr das hier vorne dann eben auch nochmal draufstehen. Positrive 3 mit 150 mm Länge. Also auf den ersten Blick erstmal wirklich ein sehr, sehr guter Eindruck. Probieren wir es mal aus. So, dann probieren wir das mal anhand einer Waschbetonplatte aus. Wir nehmen jetzt auch mal den flachen. Der sieht momentan noch so aus. Schaut euch den mal an. Wir werden das gleich mal vergleichen. Natürlich ist das jetzt nicht der Hauptanwendungszweck. Grundsätzlich nimmt man diese Meißelplatten. Deswegen ist das hier auch bei denen mit Kreuz so. Ansonsten mit Kreuz würde ich ja nicht auf sowas rumhämmern. Bei den Kreuzern ist das einfach so. Wenn ihr irgendwie eine verrostete Schraube habt, dann könnt ihr natürlich probieren, das da irgendwie rein zu pinkern. Und dann das Ganze wieder gängig zu machen. Und dafür werden die dann hauptsächlich genommen. Sicherlich kann man die auch mal im Elektrikerbereich verwenden. Wenn ihr irgendwo was schlitzen möchtet, wenn ihr ein Kabel in die Wand legt oder sowas, dann kann man die zur Not auch mal nehmen. Dazu gibt es allerdings auch Elektrikermeißel. Kann ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich werde euch auch mal ein generelles Meißelset verlinken. Denn das ist wirklich alles nur eine Notsituation hier, wo man dann eben mal draufhämmern kann. Wo man nicht in Verlegenheit geraten möchte, dass einem dann der Griff hier um die Ohren fliegt. Ihr kennt das sicherlich. Irgendein Griff ist da sicherlich schon mal kaputt gegangen, wenn ihr da irgendwie draufgehämmert habt. Und hier ist das natürlich dann etwas minimiert. Aber wir machen jetzt hier mal den Härtetest. Werden wir mal probieren, ob wir hier mal ein oder zwei Steine rauspinkern können. Und wir probieren mal aus, was der Schraubendreher dazu sagt. Das war der erste Schutzbrille tragen dabei. Ist logisch. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand hier seinen Kies recyceln will und sagt, naja, den löse ich nochmal ab. Dann habe ich den irgendwie für den Garten und den Rest Beton schmeiße ich weg. So geizig kann, glaube ich, niemand sein. Sonst schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das gleich zu Hause schon mal gemacht habt. Hier diesen Kies runtergepinkert habt. Na, kriegen wir hier keinen richtigen Ansatz. Aber wie ihr seht, das löst sich hier. Ich könnte hier theoretisch die Platte sogar durchhauen. Das will ich jetzt mal nicht machen. Gucken wir uns hier mal die Spitze generell an. Die hat natürlich etwas gelitten jetzt. Aber nicht wirklich. Nur die Lackierung hat gelitten. So von einer Formveränderung kann ich jetzt hier nichts feststellen. Das sieht jetzt im Video vielleicht ein bisschen anders aus. Natürlich ganz kleine feine Riefchen sind drin. Aber eigentlich könnte man da auch erwarten, dass die Spitze hier komplett vielleicht weg ist oder flach geklopft ist. Dass hier sich vielleicht sogar schon eine Wulst gebildet hat. Das ist also hier nicht der Fall. Damit könnt ihr auf jeden Fall noch ganz locker auch Schrauben drehen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesen Schraubendrehern denkt. Auch in Anbetracht des sehr, sehr günstigen Preises. Also letztendlich kostet ja jetzt jedes Teil ungefähr 1 Euro. Und wenn man dann sieht, was man dafür tatsächlich schon bekommt und mit welcher Optik man dann ausgestattet ist. Ich meine, die Schraubendreher sind ja nicht nur zum Angucken da. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das Auge kauft immer mit. Und ich finde es immer sehr angenehm, wenn man schön aussehendes Werkzeug auch irgendwie ein bisschen präsentieren kann. Wenn man irgendwie jemand in der Werkstatt ist oder sowas. Da will man natürlich auch was herzeigen. Und dann sagt einer, oh, was hast du denn da für einen tollen Schraubendreher? Oder ihr kennt das sicherlich, was ich meine. Und da ist das Set sicherlich nicht verkehrt. Schreibt mir fleißig dazu in die Kommentare, wenn euch das Video Spaß gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es mal Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Blöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet. Und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.